Hallöchen bei Blacktree Gaming, heute Green Ale, Co-O-Modus mit Achim und dem Film. Servus. Hallöchen. So, nach der letzten Folge, die ziemlich schlecht verlief, wir haben so ein bisschen geforscht hier, sind dann von Piranhas gefressen worden, haben wir uns jetzt entschlossen, dass wir uns jetzt nochmal einen schönen großen Stammsitz, eine kleine Villa bauen, mit der wir uns dann so ein bisschen verwirklichen, bautechnisch, architektonisch. Genau, Phil wird jetzt ein bisschen fischen gehen, weil wir sind ziemlich angeschlagen, was Nahrungsmittel betrifft, gerade ich, beim Phil weiß ich es gerade gar nicht. Phil, wie sieht es bei dir aus? Ja, um Wasser fällt mir mega, sehe ich jetzt gerade. Als Platz für unsere Häusle haben wir uns den großen Platz da ausgedacht, weil es ist einfach, ja, es ist sauberes Wasser da, es ist ein wunderschöner Platz da oben, es ist genügend Holz drumherum. Genau, da wollen wir dann einfach ein bisschen was aufbauen, alles mögliche quasi. Wir wollen auch später dann mal ein kleines Crafting-Special machen, wo man das Crafting anguckt. Ähm, Arim? Ja? Ganz kurz, ich habe noch was zum Dosen, Rindfleisch und so, du brauchst doch so extrem Dinger, oder? Oh ja, genau. Na ja, so. Ich habe es ja oben drauf. Oh ja, super, das sieht doch schon mal gut aus. Vielen Dank. Reicht es dir, oder? Ich habe doch so eine Militärration, habe ich auch noch. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht, ich bin nicht echt angeschlagen. Okay, warte. Und dann was zum Trinken. Oh. Ja, ich kann es mal aufheben. Trinken habe ich auch hier. Ach, perfekt. Danke. Ah ja, jetzt geht es mir schon wieder deutlich besser. Danke dir. Danke, jetzt mal fischen. Genau, Phil geht fischen. Ich gucke mir das Camp an, ob wir hier noch irgendwas ein bisschen finden. Dann werden wir uns möglichst schnell nach oben auf den Weg machen, um zu gucken, unsere Basis aufbauen, unsere Bays. Die Tasche öffnen. Ah ja, da ist noch. Ja, ich muss erstmal Fische finden hier, ne? Piranhas. Piranhas finde ich massig, aber... Was haben wir vor? Wir bauen unser Haus, wir wollen ein schön großes Haus bauen, vielleicht zwei Stockwerken auch. Dann wollen wir irgendwann mal, irgendwann mal noch das Eisenschmelzen angehen, weil da sehen wir auch noch ein bisschen Möglichkeiten. Wir wollen den Lehmofen, den wir schon in unserem allerersten Camp mal gebaut haben, ausprobieren. Wollen wir einfach ein bisschen verwirklichen, also ein bisschen wirklich was tun. Wir wollen schauen, wie man Suppen kocht, da gibt es ja noch Möglichkeiten, irgendwas kann man noch braun. Einfach mal die Tiefe vom Spiel noch ein bisschen ausprobieren, das fehlt uns noch so ein bisschen, dass, nachdem wir jetzt hier großartig Expeditionen gemacht haben, wir müssen sesshaft werden und auf Hilfe warten. Oder, Phil? Genau. Gibt es was zum Fischen? Ja, ja, ich habe gerade einen gefunden. Okay, super. Seile kann man zum Bauen immer gebrauchen. Feder. Ich weiß halt echt nicht, ob man, weißt du, wenn ihr jetzt wüsstet, dass es mit der Angel klappt? Das könnte ich eigentlich mal ausprobieren jetzt, gell? Hm. Hä? Ja, wenn man wüsst, ob man damit was fängt, oder ob ich da wirklich noch was dranhängen muss. Ich glaube, du musst noch einen Köder dranhängen. Ja, aber was? Keine Ahnung, ich weiß auch nicht wie. Die hat noch nicht mal so eine Angel. Ich muss mal gucken, naja. Kann die Angel, warte mal, kann ich die Angel nochmal das zum Herstellen benutzen? Äh, Angel herstellen. So. Ne, das war der Bogen. Scheiße. Ein Bogen könnte ich vergessen. Ah, ausrüsten. Da kannst du einen Fischköhler dran machen. Jetzt habe ich die Angel ausgerüstet anscheinend. Na, sieh ich. Aber ich weiß nicht, wie war's. Du bist doch so ein Profi-Angler. Ja. Mit so einem Stock und in der Wildnis habe ich noch nicht geangelt. Doch. Also letztes Jahr, oder vorletztes Jahr war ich schon sehr in der Wildnis, finde ich. Wahnsinn. Mitten im Wald, hallo, was willst du? Ja. Aber wie oft wir in die Bäume geschmissen haben, gell? Das war ja mein Schub. So, ich hab's gerade noch der Schlange gekillt. Ich bringe das zwar nicht wahnsinnig viel, aber besser als nicht, ne? Ja, nehm. Oh, hab ich gegessen? Ich muss gerade mal gucken. Ja. Ich sammle mal ein bisschen Wasser noch, gell, erst. Ist halt schmutziges Wasser, gell? Nee, ja, mit dem Regen. Es regnet gerade. Achso. Okay. Na, stimmt. Bin schon wieder so im Tunnel. Survival-Tunnel. Survival-Tunnel. Getunnel-Tunnel. 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 Komm, fischi, 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 fischi. Komm, fischi, fischi. Komm, kratkeiner. Das mit der Angel. Das mit der Angel, das würde mich jetzt echt interessieren. Das können wir auch später mal noch probieren. Thirsty. Vielleicht sind das auch die Maden oder so? Oder die Larven. Ach, die Larven. Die Larven, das können wir noch. Aber ich kann Angel ausrüsten klicken? Ja. Ach so. Vielleicht hast du auch nichts zum Ausrüsten. Ja, eben. Aber, ne, weißt du was es ist? Ah, das Ausrüsten ist sich neben die. Ach. Ach so. Ah ja. Scheißdreck. Warte mal, jetzt probiere ich mal noch herstellen. Angel, zerstören, kann ich gar nicht, ne. Warte mal, irgendwo habe ich doch Maden gehabt, oder? Hier, Maden. So. Essen, zerstören, Stapel zerstören, ne, geht auch nicht. Also ich krieg's nicht gebacken. Dann müssen wir nachher mal gucken. Dann gucken wir nachher mal. Weil ich glaube, dass das schon nochmal effektiver sein kann mit dem... Ja, durchaus glaube ich auch. Weil das ja schon mal aufwendig ist, weißt du, eine Angel zu bauen, zu machen und zu tun. Ja. Eben. Sollen wir da mal hochmarschieren? Ja, also Fleisch habe ich ein bisschen was. Mhm. Aber halt jetzt nicht viel. Ich würde sagen, jetzt gehen wir einmal hoch und gucken dann einfach. Ja. Okay. Ich hab noch ein bisschen Militärrationen gefunden, ich hab ein bisschen Rindfleischdose. Mhm. Ich hab noch ne Kröte. Ja, also. Kann auch sein, dass an dem Wasser, an dem Fluss da oben, ein bisschen Kröte rumhubsen, und dann können wir so ne Krötensfalle aufstellen, die war sehr effektiv. Ja. Ich muss mal was trinken, ey. Scheiße. Nein, hab ich gefunden. So. Okay, okay. Wo bist denn du? Ich seh dich gar nicht. Äh, ich hab auch noch Fleisch im Ruck. Ah, das ist das Klapperschlangenfleisch, glaube. Oh, da liegt da ein Vogel. Nehmen wir auch noch mit. Also Fleisch haben wir, glaube ich, jetzt erst mal gut. Ja, ich hab da auch noch eben das Klapperschlangenfleisch. Ich bin in der Nähe vom Camp. Ja, ich seh die jetzt gerade. Genau, ein paar Pilze können wir auch noch vertragen. Wenn irgendwas da ist. Das würde mich auch noch mal interessieren. Das müssen wir auch noch mal irgendwie gucken. Äh, Pfeilgifte, Pfeilgifte oder sowas mit dem Froschding der Zeugs. So, was wir auch noch hinkriegen. Also, was sind wir denn? 34, das passt. Das müssen wir dann ein bisschen nach Westen marschieren. Da ist irgendwie so ein Bergdurchgang. Das war doch bei dem Fluss jetzt da, gell? Ja, genau. Also um den Fels da praktisch rum. Rechts oder links würde das wahrscheinlich gehen, oder? Ja, keine Ahnung. Probieren wir es mal links, oder? Ja. Wir werden mal die Gegend hier kennenlernen. So, jetzt regeln sie da aus. Oh, Einwohner. Oh, oh. Da. Siehst du nicht? Ehrlich gesagt nicht, ne? Geht schon wieder los. Warte mal, ich mach mal gleich mal ein Blatt mit dem Pfeil. Ich dachte, das wurde gefixt. Oh, jetzt seh ich ihn auch. Oh, das war aber ein guter Shot, Phil. Ja. Direkt ins Gesicht. Den hab ich ja voll nicht gesehen. Warte mal, meinen Pfeil will ich wieder haben. Der hat einen super Speer. Du bist eher der Speerkämpfer. Oh, ja. Oh, nein, 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 nein. Och. Ich hab mir mal den Pfeil genommen. Übrigens, mit den Knochen kannst du auch ein super Ding bauen, gell? Ja, das wollte ich jetzt grad nochmal machen. Das ist nämlich, weil ich hab nur so ein Steinding. Ich mach die Steinaxt weg und baue mir ein Ding. Ja. Auch Rüstungen kann man mit bauen. Ah, Rüstungen auch. Okay. Ja. Ich hab mir seinen Speer jetzt mal genommen. Ah, okay. Und dann nachher auch nehmen. Ja, oder? Ja, gut. Ich bin kein so Speermensch. Weil ich... Dann schmeiß ich meinen gleich weg hier, weißt du? Deswegen mein ich. Mhm. Oder nimm einfach mal mit, dann haschen mal. Ja, ich hab... Ich hab ihn jetzt einfach dabei. Okay. So, Knochen. Wie viele Knochen muss ich denn dazu machen? Zwei erreicht. Ja, Knochen, Axt. Guck mal. Soll ich dir auch eine basteln? Ne, ich hab ihn hier. Meine Steinachs, die ist gut. Okay. Dann speise ich die Knochen jetzt wieder weg, ja? Jaja. Später kann man dann Rüstung draus machen, aber die Knochen krieg ich aber aus anderem Zeugs. Ja. So. Also. Speer. Für die Axt hab ich jetzt keinen Platz mehr. Also lass ich die Axt da, ja? Mhm. Aber warum bin ich jetzt zu schwer? Ach so, wegen dem Fleisch wahrscheinlich. Ja, das Menschenfleisch kann ich rausschmeißen. Ja, hab ich. Gut. Okay, okay. Geh mal. Gut. Wo steckst du? Da. Direkt bei dir. Ähm. Da vorne ist für... Scheiße, ich hab mich noch waschen sollen. Wobei, soweit ist jetzt nicht. Nein, komm, soweit ist jetzt nicht. Okay. Ähm. Hier müsste es dann bald einen Durchgang geben. Keine müssen. Hier ist alles verfälzt. Oder ist das hier? Guck mal hier hinten. Ne. Ich glaube, wir müssen andersrum rüber. Okay. Warte mal, ich geh mal kurz ans Wasser, Achim. Ich wasch mich kurz. Ja. Schlange. So, okay. Ich hab hier grad noch ne Schlange, die gibt ja ordentlich Fleisch. Mhm. Okay. Wo steckt der? Hier, hinter dir. Ach, hinter dir. Hinter mir. Hinter dir. Hinter dir auch immer. Hinter mir, mir. So. Also, ich hab auch ein paar Nüsse noch, gell, wenn du welche brauchst. Mhm. Ach, da ist glaub ich der Durchgang, Achim. Ne, das hab ich vorher schon gedacht. Da oben der? Ja. Doch, da ist der Durchgang. Ja. Ja. Dann tut's mich leid. Also, so sieht's zumindest aus? Ah. Nein, doch nicht. Okay. Siehste, siehste. Auf die Entfernung hat es anders ausgesehen. Ja, das ist alles bisschen trügerisch. Mich überkommt schon wieder Müdigkeit. Okay. Schaffst du noch bis dahin, oder? Ja. Ich bin jetzt bei 50 Prozent, aber. Ah, okay. Ja. So. Jetzt hätten wir, glaub ich, einen Blutegel eingefangen. Warte. Ja, warte. Immer noch. Jetzt ist weg. Danke sehr. Bitte. Sind wir hierher? Oh, so rüber gekommen. Ich hab keine Ahnung. Schon so lange her. Schon zwei Folgen. Oder so. Ja. Ja, was? Hier ist, glaub ich, die Kletterstelle. Hier kommt's schon. Ah ja, genau. Da müssen wir auch noch mal hin. hoch ist, gell? Meins. Mit der Kanaun. Oh. Sollte eh halten, bis der Kreis voll ist und kurz vor Ende des Kreises abdrücken. Ah, nee, damit. So, und jetzt müssen wir aber Richtung Süden irgendwie wieder, oder? Jetzt müssen wir erstmal hier noch hoch. Jaja, und dann wieder Richtung Süden. Ja. So. Ich freu mich richtig auf dieses Camp. Mhm. Auch, äh, auf das Ausbauen wieder. Und dann eben, da jetzt schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, müsste es auch relativ schnell gehen. Ja. Ja. Das ist wichtig, dass wir irgendwie die Verpflegung, oh, Abgrund. Ja. Ich muss hier nochmal eine Kletterstelle. Äh, ja. Aber zumindest liegt da unten die Kokosnussschale. Kann ja fast nur von uns sein. Komisch, dass die ist ja gar nicht drin. Keine Ahnung. Aber hier waren wir ja auch schon. Das ist eine kleine Hölle. Okay, komm mal runter. Kannst du mich mal kurz untersuchen? Wenn du da bist. Ah, da ist er schon. Wo steckt er denn? Nochmal irgendwo? Nochmal? Ja. Immer noch? Ja. Zock du. Jetzt sehe ich gerade keinen. Ah, doch da war noch einer. Stopp. Nicht bewegen. Ja. Na. Wenn du den Kokos selber hast. Kann man mehr. Ja, warte. Jetzt? Ne, immer noch. Ah, da war noch einer. Leck. Was hast du denn gemacht? Hab mich im Blutegel gewälzt. Immer noch. Ach. Ja, der ist an der Innenseite vom Arm. Na ja, komm dann lass dann. Guck so. Komm. Andere Arm. Andere Arm. Linker Arm? Rechts. Rechts. Dreh mal, ich sehe ihn, aber äh. Dreh mal den Arm. Ja, du wirst doch. Ja, das animiert es anscheinend nicht. Ah, okay. Ah, warte, ich guck. Äh. Ja. Jetzt hab ich ihn weg. Ah, klar. So, da unten ist auch schon. Ah, ich muss das jetzt. Das ist ein bisschen Käse. Was? Anlegen. Ja, das ist ein bisschen blöd gemacht. Ähm. Was ist das Zeug da oben wo? Ja. Oh ne, unsere Hütte hin. Oh man, ich bin noch oben. Äh, beziehungsweise am Ding. Muss grad noch die Ausrüstung anlegen. So. Jetzt. Ja. 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 So, da ist unser Wässerchen hier. Jawoll. Ja. Lehm und Steine gibt's hier vorne viel. Also ja, Lehm gibt's ja immer im Wasser. Ja. Müsst ihr aber hier vorne an einem kleinen Ding hier geben, oder? Ja, ja. Gibt's. Aber Steine gibt's hier vorne halt die Schlucht entlang. Ja. Problem ist halt wieder das mit den Fischen. Ja. Da müsste man halt dann, wäre halt die Überlegung, dass wir unten, wo wir jetzt hergekommen sind, quasi eine Fischfalle oder zwei aufbauen und dann immer mal wieder hinläuft. Wir haben ja sonst auf der Karte sonst keine andere Möglichkeit jetzt, oder? Nee, aber ich muss mir jetzt erstmal eine Schlafmöglichkeit kriegen. Ja, okay. Also, ähm... Palmblätter. Da vorne ist ein Palm. Ach, das ist so ein Nussbaum, den lass mal lieber mal. Setzst du eins hin? Ja. Müssen wir das direkt auf dem Boden jetzt machen, einfach. Ja, vielleicht ein bisschen abseits, dass es nicht direkt im Weg liegt. Oder dieses, äh, da gibt's doch dieses Dächle da. Oder soll man einfach nur Palmblätter auf dem Boden klatschen? Also, ich brauche jetzt einfach mal was zum Schlafen. Warte. Ja, dann machen wir einfach noch Palmblätter auf dem Boden. Fällig. Tierisch müde. Ähm... Ja, so ein bisschen abseits hier hinten, oder so. Ja, ich guck auch mal, dass wir da jetzt im Weg sind. So, hier. Ja, passt. Gut. Brauchst du noch Palmblätter? Ja, vier Stück. Ich hab hier hinter, hab ich noch Liege. Ja. Oh Gott. Ah, der Bach schwillt echt an. Ja, das ist Wahnsinn. Weil es regnet. Ja. Kannst du hier hinlegen. Super. Ja, sie. Ja, er gähnt schon, der Kerli. Also, dann schlafe ich mal eine Runde. Mhm. Du kannst ja vielleicht schon mal unser Gebäude planen. Ja. Beziehungsweise, vielleicht sollte man erst so eine kleine Grundversorgung aufbauen, dass wir unser Fleisch jetzt immer auch gefangen haben, rüsten können. Ja. Eben deswegen, ich würd sagen, wir machen jetzt erst ein Dächle. Weil das könnte man ja auch gleich als Grundding nehmen. Also, ich warte mal, bis du wieder wach bist und dann, ich fall, fällt so lange schon mal Holz. Hm. 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 Ich hör's im Hintergrund. Hm. Ja, ich bin aber auch schon Sackmüt. So, ich bin jetzt wieder wach. Hm. Dann würd ich mich jetzt grad auch noch mal kurz hinlegen, ja? Hm. Hm. Zum Erholen. Hm. So, liebe Leute, das war's jetzt erst mal. Jetzt fangen wir dann an, unser Gebäude zu bauen, die Grundversorgung erst mal aufzubauen. Schaut in die weiteren Folgen rein, jetzt wird's interessant, wie wir uns da aufstellen, was wir machen. Ähm. Seid einfach gespannt, ja? Daumen da lassen, Kommentar bitte und die Glocke aktivieren, damit ihr immer wieder Bescheid bekommt, wenn ihr neue Videos online geht, ja? Alles klar. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.